Willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video schauen wir uns 6 YouTuber an, die Hagiwagi auf Kamera aufgenommen haben. Du wirst nicht glauben, wie Lumex Hagiwagi gefunden hat, also bleib dran. Platz 6, Jester. Okay, diese Leute schauen Hagiwagi zur schlechtesten Uhrzeit an. Vor allem solche Filme sollte man niemals um 3 Uhr nachts anschauen. Weil sie den Film so spät anschauen, erscheint Hagiwagi vor ihrer Haustür. Sie nehmen ihn mit der Überwachungskamera auf, dann rennt Hagiwagi auf einmal weg. Es ist so unglaublich, aber ich möchte euch nicht spoilern, weil es Next Level ist. Schaut euch den Clip also unbedingt bis zum Ende an. Bevor ich mit dem Video weitermache, bedanke ich mich bei dem Sponsor des heutigen Videos, Manscaped. Der Sommer kommt und es ist super wichtig, gepflegt zu sein. Ihr kommt jetzt nämlich in das Alter, wo sich bei dem ein oder anderen unter euch, unter der Unterhose, das ein oder andere Härchen kräuselt. Und da kommt Manscaped ins Spiel. Denn das Manscaped Performance Package 4.0 bietet alles, was du für den perfekten Sommerbody brauchst. Und bei einem Punkt stimmt ihr mir alle zu. Man fühlt sich einfach wohler, wenn man ordentlich rasiert ist. Am Anfang passiert es aber oft, dass man sich beim Rasieren aus Versehen schneidet. Dank des The Lawn Mover 4.0 Trümmers passiert euch das jetzt nicht mehr. Denn er hat eine innovative Keramikklingel, die Verletzungen vorbeugt. Du kannst ihn auch super in den Sommerurlaub mitnehmen, denn er ist sogar wasserdicht. Schritt 1 haben wir also alle hinter uns. Alle Härchen sitzen. Jetzt kommen nämlich die Intimpflegeprodukte von Manscaped ins Spiel. Wenn man nämlich nette Kontakte im Urlaub geschlossen hat, sollte untenrum auch alles gut riechen. Dafür hat Manscaped auch gesorgt. Denn mit der Crop Preserver in Team Dio Lotion bekommst du ab jetzt nur noch Komplimente. Trust me. Manscaped hat sogar an zwei kostenlose Geschenke gedacht. Im Performance Package 4.0 findet ihr noch eine Boxershorts und einen Kulturbeutel. Mit meinem Code Timetic erhältst du 20% auf deine Bestellung und kostenlosen Versand. Ja, du hast richtig gehört. 20% und kostenlosen Versand auf deine Bestellung mit Code Timetic. Zeig diesen Sommer mehr Haut und weniger Haare. Den Link dazu findest du jetzt in der Videobeschreibung oder scanne diesen QR-Code. Weiter geht's mit dem Video. Platz 5, ID.Zock. ID.Zock ist dafür bekannt, richtig gruselige Kreaturen zu finden. Und vor fünf Monaten hat er einfach Hagiwagi gefunden. ID.Zock hat ja in seinen Videos schon ganz schlimme Dinge gefunden. Aber Hagiwagi hat alles getoppt. Bleibt dran, denn im nächsten Clip zeige ich euch, wie ein Mann Hagiwagi mit einer Drohne eingefangen hat. Hier aber erstmal der Clip von ID.Zock. Alles klar, raus hier. Leute, wir mussten gerade eben weg... Oh ja, sorry about that. One thing I neglected dimension. Hagi hat mich gerade... Hagi! Oh man, hat Hagiwagi mich doch erwischt. Ah, Mann. Platz 4, der Fight. Das ist heftig. Dieser Mann hat eine Drohne und fliegt in seiner Stadt herum, um nach Hagiwagi zu suchen. Und dann wurde es richtig verrückt. Auf einmal hat er Hagiwagi auf einem Gebäude gesehen. Dann fliegt er weiter, weil Hagiwagi auf einmal verschwindet. Am Ende findet er Hagiwagi, wie er mit einer Cartoon-Katze kämpft. Wer glaubt ihr gewinnt? Die Katze oder Hagiwagi? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ihr müsst sehen, was passiert. Er hat ihn in der da, aber ich weiß, es ist passiert. Oh ja! Er ist ja da, was da? Er hat euch das? Er hat er da in der. Was da freak? Ja! Oh, er hat ihn! Oh mein Gott! Er hat ihn fliegt! Was da? Wow! Er hat ihn fliegt. Er hat ihn fliegt. Er hat er hat ihn fliegt. Er hat ihn fliegt. Oh mein Gott! what the yo he went flying yo he kicked him so hard the guy went flying a cow i just caught that on my drone holy crap what the but where'd they go now i guess i can't believe i just caught that on the drone oh my god how's it how the heck did i just catch that also that sunset though that sunset is the huggy wuggy or the cartoon cat so we're gonna keep looking maybe they want behind these houses i don't know guys i'm gonna keep looking for them if you see anything please comment down below the time let's not hit these trees as well low battery fly with caution oh no low battery okay guys i don't see huggy wuggy or cartoon cat after that fight i think they i think disappeared i think they're gone so maybe i'm just gonna bring my drone back because platz 3 tjulfa solange huggy wuggy irgendwo eingesperrt ist ist ja alles okay schlimm wird es erst dann wenn huggy wuggy ausbricht und dieser youtuber hat huggy wuggy entdeckt als er aus einer fabrik ausgebrochen ist und den rest kannst du dir bestimmt schon vorstellen hier hast du mal den clip dazu oh ha 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 was hast du getan was hast du getan was hast du getan das sind die kinder wo ist wo sind alle hin Hagi ist da. Hagi steht da. Die Junge fragt, hey Hagi. Alles cool? Ist das Blut? Was ist passiert? Wo ist unsere Mom? Was hast du getan, Hagi? Er steht da und grinst, blutverschmiert. Aber er hat scheinbar irgendwas mitgebracht. Aber was? Oh, ne Katze. Das ist ne Katze? Platz 2. Kevin spielt. Dieser Clip ist erschreckend, denn Clash Games hat ein Spiel gespielt, in dem er von Hagiwagi verfolgt wurde. Er hatte richtig Angst vor Hagiwagi und bekam dann sogar noch Albträume. Ihr müsst sehen, was passiert ist. Also bleibt jetzt unbedingt dran, denn ihr müsst auf jeden Fall noch sehen, wie Lumex Hagiwagi gefangen hat. Okay, also dann haben wir jetzt das Spielzeug abgegeben. Okay, die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Ah! Ah, was ist das denn? Digga, es ist Hagiwagi. Äh, was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ah! 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 Platz 1. Lumex. Lumex sollte jeder von euch kennen. Ich meine, er ist einer der lustigsten und unterhaltsamsten Gaming-YouTuber in ganz Deutschland. Auf jeden Fall findet Lumex in letzter Zeit richtig gruselige Kreaturen in seinen Videos. In einem seiner Videos wurde er sogar von Hagiwagi verfolgt. Und Hagiwagi wollte ihn fressen. Ihr könnt nicht glauben, was am Ende passiert ist. Also bleibt jetzt unbedingt dran. Ey! Ah! Bruder, ey! Hagi! Jungen, schimm mal, Bruder! Ey, Bruder! Bruder, ey, Bruder! Hagi, 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 schimm mal! Ey! Hier findest du jetzt noch sechs YouTuber, die Pennywise finden. Darunter ist sogar ein Crymax. Darunter wferde einbrenativer. Deine 2003 presentiert. 代 allora. Darunter ist hier. Das Mal. Ver..." Darunter ist das mal.